Diese Partie ist perfekt. Ähm, ja, die, diese, ähm, dieser Bereich ist sauber. Ähm, ja, du machst das mit den anderen genauso wie mit diesem. Also du hast jetzt ungefähr die Hälfte geschafft, sag ich mal. Denn, obwohl ihr jetzt denkt, wow, die sieht ja schon toll aus. Nein? Äh, tut sie leider nicht. Ups. Hat er hier geschlafen? Ja. Die muss leider dem modernen Ideal entsprechen, was erst nur noch gar nicht so modern war und muss leider magersüchtig aussehen. Dieses Spiel. Herausgekommen ist, da war das natürlich noch ganz anders zu dem Zeitpunkt. Da waren ja so welche, ähm, ja, Erotik-Sympole wie Pamela Anderson gerade total in, die natürlich als andere alt abgemagert war. Das ist so, glaube ich. Das ist gut. 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 Okay. Das ist gut. Sooo... Nina hat Level 21 erreicht, wollte ich gerade nicht sagen. Ähm... Und der Fire Breath von Pepp schon nervt. Nervt sehr. Ähm... Was sind hier noch welche? Kann man sich wirklich nicht darauf suchen, dass er das gerade sagt. Oder dass das eintrifft, was er sagt. Und hier schläft alles. Und ich denke, auch auf der Seite sind wir so ziemlich fertig. Ich glaube, wir müssen jetzt nur noch die rechte... Nee, die linke Seite vom Gesicht... Ähm... ...bearbeiten, sag ich mal. Und ihr könnt eigentlich, wie gesagt, eigentlich so langsam hochlade... ... auch immer mal drunter schreiben, wenn ihr mal einen anderen Charakter sehen wollt, ja? Den ich nicht oft benutze, der euch interessiert. Benutze ich gerne, ja? Dafür mache ich das ja. Wenn ich auf der Konsole spiele, kann ich ja genug nehmen, wen ich möchte. Wie aber... Ich müsste ein weiteres Junt. So, und auf all diese gesunden Dinge zünde ich mir jetzt gleich nochmal eine an im nächsten Kampf. So, jetzt können wir auch gleich wieder nachladen. Und machen wir jetzt aber mit Zauber, denn ich bin inzwischen der Meinung, dass doch kein Endboss hier kommt. Zur Abwechslung mal. Und Render hat ja nun auch schon noch ein bisschen Magie, hat er jetzt schon schon. So, das war geklärt hier, dann schauen wir hier nochmal rein. Hier steht auch alles. Und trotzdem, das kommt in dieser Raum. Aktivität. Klappern wir jetzt die Mitte ab, das ist auch schon wieder genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Ach, lassen wir den Kampfer drinnen. Hab jetzt genug rausgeschnitten schon wieder, ein bisschen zwischendurch, wenn wir mal einen Gegner sehen. Ich attackiere jetzt zuerst den Pep schon, da er den Fire Breath kann. Und der nervt uns. Und eventuell natürlich, würden wir Nina auch mal einen Reo-Site schießen lassen, wenn sie erledigt so eine Reo-Site. Aber schön ist, dass es eine Sackgasse ist. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und einmal mehr, da kämpfe ich extra schon in aufgestellter Reihe. Ja, ja, sowas hat es gemacht. Das blickt mir doch alles schon, sag das doch nicht mal wieder. Da stellst du die drei Kerltier in Reihe. Dahinter geschützt die Nina. Und trotzdem attackieren sie die Nina. Wozu? Die Aufstellung. Okay, man zieht vorne mehr ab, das ist schon. Gut. So, hier schläft alles. Weiter geht's. Was haben wir hier? Wiedergegner. Oh, hoffentlich verflechten wir uns hier nicht. Sieht größer aus. So, ich habe hier ein paar Minuten. Okay. So, ich habe hier eine neue Klasse. So, ich habe hier ein paar Minuten. Und jetzt so, ich habe hier einen Klasse. Ich habe hier eine neue Klasse. Und jetzt mal hier eine Klasse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber Nina hat 22 bekommen und den Typhoon. Der zieht natürlich ordentlich ab. Nicht nur den Gegnern, sondern auch er hat Magie. So, wer war hier im Argen? Der Durant. Gut. Gehen wir zuerst lang? Links oder rechts? Ich würde sagen. Ich würde sagen. Ich würde sagen.